Sie sehen hier The Barrier. Das ist ein multifunktionales I.O.-Modul, welches viele Signalarten in einem Gehäuse vereinigt. Es ist für jeden interessant, der Signale in explosionsgefährdeten Bereichen verarbeiten muss. Das Besondere an diesem Modul ist, dass es sich automatisch auf die jeweilige Signalart, unabhängig davon, ob es sich um analoge Eingänge, analog Ausgänge, digitale Eingänge oder digitale Ausgänge handelt, einstellt. Dadurch wird die Planung und die Inbetriebnahme einer prozesstechnischen Anlage beschleunigt und vereinfacht. Mein Name ist Thomas Glatt. Ich bin Leiter des Second Level Support bei Peppel & Fuchs.